Es macht voll süchtig, das Spiel. Begrüßt. Ähm, ich soll begrüßen, das finde ich jetzt irgendwie... Das ist das... Ähm, äh, äh... Herzlich? Hallo und so, wir fangen jetzt hier und machen und so. Ja, weiter. Herzlich willkommen zurück zu dieser Folge, Machen. Danke. Bitte. Ja, vorerst wahrscheinlich letzte Part mit der Lu. Weil danach machen wir Essen und wir wissen nicht, ob wir morgen auch noch was aufnehmen. Also, kann passieren, dass sie im besten Part nicht dabei ist. Und dann bin ich wieder weg. Strand der Tausend-Fontänen. Mit Blaunen. Mit Globablasen, passt ja. Bla, bla, bla. Ich bin gerade begeistert von der Optik. Schön. Ja, es sieht alles voll schön aus. Es ist voll schön. Und alles kriegt einen um, was schön ist. Boah, ich hab's genommen. Guck mal, Yoshi, so. Schwimm. Ach, guck mal. Ich guck mal. Ah, das ist so knopfig. Oh. Wie? Oh. Oh. Da möchte ich, glaube ich, rein, oder? Oh, Essie. Kann man da reinlegen, ne? Ich will den anflubbern. Oh nein! 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 Oh, ich werde hier getötet. Ja. Das ist voll der Rettungsweg. Kommt man denn da rein? Da kann man, glaube ich, nicht rein, oder? Ich würde mich wundern. Ich habe mit dem Yoshi verloren. Oh. Komm weiter. Hat keinen Sinn zu heulen. Amba, Amba. So, da ist die Wins. Oh. Kann nicht traurig sein. Nimm eine Blume. Oh. Das ist so toll, ne? Oh, oh! Oh, verdammt. Oh Gott, wie Yoshi abgeht, wenn man unter Wasser schüttelt. Oh nein! Oh nein! Ich nehme. Ich komme, ich komme. Ja, komm du mal. Ich schüttel mal ein paar Blubber-Basen. Schüttel. Schüttel dann der... Nein. Oh, aber die Normste. Ja, das war das Verhängnis. Da bin ich dann gestorben. Oh, nee. Geht das? Kannst du draufspielen? Weil ich auf dir. So. Zu zweit ist das so viel ein. Wie geht das eigentlich? Ich weiß nicht. Zu zweit ist das viel einfacher. Wir hätten Nintendo nicht dran gedacht, dass man das Spiel auch zu zweit stimmen kann. Oh! Das war beim ersten Teil einfach. Man hat ja auch diesen Boost-Modus. Stimmt. Also da geht es ja noch mal ein. E noch ein... Ach, verdammt. Letzte Münze. Nicht wirklich. Wie happy Yoshi immer mitsehen. Das ist doch schön. Komm mal da rein. Ja. Wie toll das ist mit Yoshi. Ah ja. Mach's noch. Nein, ich will. Oh. Das wär's jetzt. Komm, sieh mal raus. Da kommen wir schon nicht rein. Das geht voll schwer. Oh Gott. Oh Gott. Norm. Mit Yoshi Unterstützung ist das toll. Und durch. Warte, 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 warte. Oh. Entschuldigung. Ich glaube hier ist eh nix. Bah, bah. Bah, bah. Ich hatte damals mal ne CD von Nintendo. Oh fuck. Mit Soundtracks von Spielen drauf von früher. Da gab's Yoshi Musik. Die Yoshi. Und die haben da immer... Bah, 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 bah. Oh, wie ich immer in diese Dinger reinspringe. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wo die CD gelandet ist. Sieht auch aus. Oh, Glock. Ah. Da gibt's eine schickte Münze irgendwo. Neh, ich würde den hier schmeißen. Ja. Genau deswegen. Ja, manchmal muss man den auch mitnehmen. Oder das Münze irgendwo anders. Aber ne, ich glaub ne. Doch, manchmal ist das so. Ja, manchmal. In dem einen Level mit dem Mantas, da war das so. Ja gut, aber in dem einen Level mit dem Mantas hat das Level auch gescrollt. Oh, fuck. Und die Lu verarscht mich hier gerade. Nein, dammit. 4000 beide. Das ist viel schwerer jetzt. Ja, weil es so weit weg ist immer. Ah. Ah, wieder mein Yoshi. Das heißt, der ist nicht tot. Ja, der betreibt jetzt wieder Zeltheilung. Ja, da hab ich gesagt, nein, nein. Der kloniert sich. Klonieren? Ja. Das ist gut. Gut, nächstes da wird tropische Tiefen. Oh, das ist komplett unter Wasser, würde ich sagen. Da kommt wieder ein Spielchen. Trampel nicht so. Entschuldigung. Ist doch schlimm. Ich hab nicht getrampelt, ich hab mich gefreut. Ich hab's so gemacht. Oh. Warte, nicht in die Röhre gehen. Wirst du vorher dann die Musik anfangen, wenn man den aufnimmt. Ja, aber vorher nicht. Was ist denn hier? Warte mal, hier kann man sich drehen und dann kommen die Münzen raus. So, warte mal. Gibt's das denn, wenn ich jetzt... Nein, das... Jetzt lass mich machen. Das gibt nichts. Das Spiel ist neu für mich. Oh. Aha. Super Münzen, toll. Egal, ich hab's gezeigt. Mit Yoshi ist das natürlich jetzt total easy. Wir können jetzt ja die Cheep Cheeps nutzen. Achso, der schwimmt jetzt so... Ja. Awesome. Schwimmt jetzt so easy schwimmen wie Pinguin. Einen Torpedo-Mode hat er auch. Ein Torpedo-Mode, genau. Guck mal, wie die Münzenlade rauskommt. Bling, bling, bling. Lass dich nicht runter saugen! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Dass das eine Strömung war. Oh. Das Lärbel ist jetzt total einfach. Gott, das war jetzt ein Schock. Oh, da kann man rein kommen. Okay, Entschuldigung. Nein, da kann man nicht rein kommen. Wie awesome das ist mit dem Yoshi jetzt. Oh, guck mal! Ich hab den reingedrückt! Was hast du getan? Ich hab die Röhre reingedrückt! Was zum... Kann man reindrücken? Aber die jetzt nicht. Kann man die essen? Warte mal. Oh, Yoshi, Yoshi! Er läuft weg, er läuft weg! Er muss runtergehen! Scheiße! Oh, die Münze sollten wir sammeln. Die fährt weg. So. Nom nom. Kann man die auch reindrücken? Die drückt sich auch rein. Wie brauchst du? Gib doch einfach! Die kann man nicht töten, ne? Wieso nommst du nix? Weil ich Angst hab, irgendwie irgendwas reinzuspielen. Ich will meinen Yoshi... Aaaaah! Nicht verlieren! Den kann man da unten auch reindrücken. Warte, ich mach schon. Ich mach das schon. Weißt du nicht, was es bringt? Münzen! Juppie! Oh! Es ist eingebaut worden, also sollten wir es auch nutzen. Ohi! Münzen! Das ist wieder ein Sprudel! Ja, nicht darunter. Auch wenn da jetzt gleich ganz viele Münzen kommen. Wahrscheinlich kommt da gleich so eine... Goldmünze, so eine große. Das stimmt, wer hätte nicht sein, ne? Das ist zwar schon die Hälfte, ne? Ja. Ähm. Da. Fuck! Da unten ist ne Strömung, da will ich nicht mehr sagen. Da unten ist bestimmt Starcoin. Ja, da drin. Warte, ich versuch das. Ich hab keinen Yoshi zu verlieren. Oh Gott! Oh Gott! Nein, doch! Warte mal, wofür? Für Münzen. Ernsthaft? Münzen? Boah! Diese Münzen! Ah, da! Hosi, Hosi, Hosi! Ja! Ja! Ich dachte schon. Nur für Münzen. Warte, die Röhre können wir auch einen bespielen. So! Haha! Dieser Yoshi! Er ist so happy. Oh Gott! Oh Gott! Warte mal! Was gibt's da drin? Sterben? Ja! Sammel! Und schwimm durch! Warte, gibt's hier noch ein Geheimnis? Hm. Okay, raus. Der hält nie so lange. Das ist voll doof. Ja, der ist voll kurz immer. Ich will das wegmachen. So. Ah, 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 ah. Norm. Haha. Stopp. Gucken, auch so süß. So bub, bub, bub. Die Großen. Ja. Findest du süß. Ja, guck doch mal! Wicht sind voll dick gebacken haben. Was bin ich denn ne? Oh, ah, 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 ah! Oh Gott! Oh, 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 wieso lasst denn jetzt gehen? Ähm, da kommen wir nicht vorbei? Was? Hä? Doch, und das ist bestimmt die Münze. Ja. Was ist, wenn ich mich treffen lasse, komm ich denn vorbei? Ich versuch's mal. So, ganz hoch. Ja. Danke. Hab ich nur ne Blume verloren. Oh Mann, wie fies. Da musst du mit nem Stern rein. Ja, wenn wir nicht so lange rumgetruddelt hätten, vielleicht. Ähm, kommen wir nicht mehr weg. Turbo, mach Turbo. Nein! Nein! Komm schnell, wir haben alle Münzen, wir können durch. Okay, okay, okay. Hallo Blooper. Du bist so, ey, wir müssen uns beeilen, ne? Oh, oh, nein! Nein, nein, nein! Komm, Yoshi verloren! Ah, Hilfe! Ah, liebes Fisch! Oh, tot. Hast du diese Fische? Ich hasse sie auch. Das ist tiefster Seele. Yoshi, rest in peace! Jetzt kann er keine Zellteilung mehr betreiben. Er hat uns gute Dienste geleistet. Ja. Nein! Oh! Ich war nicht mehr zu bremsen. Tut mir leid. Ja, ja. Ich war grad in nem Lauf, hast ja gesehen. Nee, ich war damit beschäftigt, nie zu sterben. Oh, schön. Machen wir jetzt wieder das Spielchen? Ja, Spielchen! Spielchen! Oh mein Gott! Ich mag das Spielchen. Ja, wissen wir. Ja. Du magst das Spielchen? Ja. Ich hab's keine Felder drin immer voll. Geht. Ich find das lustig. Ja. Oh. Oh, fuck! Oh, das war knapp. Hamburg, beflogen. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. Oh, ey. Ich sammle immer gar nichts. ach wie fies das ist ich will ihn haben nein ja hast du noch gekriegt oder nicht ich weiß nicht oh gott ich habe jetzt einen buzzer und einen grünen ich weiß nicht wie viel ich gemacht habe drei beste beste ergebnis bisher hatten wir doch ja hatten wir schon mal vier ja gestern oder beim ausprobieren gestern hatte ich gar keins ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt kommen wir machen das schloss noch wird es eine lange folge ist die lämmer im turm der dornensäulen und nein nicht die dornensäulen nein nein ich hab da doch so ein trauma von ja die sind toll das hier irgendwo watte ist nein ok cheffield sagt das oh nein dornensäulen unter wasser wir haben keinen joshi erinnert ihr euch an den hacken wo ich das für leute die mich schon länger gucken haben gucken haben ja finde ich auch lass mich hier nach keinem gehen suchen ok lass mich gucken ich lass dich doch ich mach hier gar nicht oh gott oh gott oh gott oh gott und warten und hier mal schön am rand gucken ob du rein kannst nicht in die säule ich kann das nicht ich will meinen joshi wieder haben oh hä ah da war nämlich eine sternmünze nein doch hier kannst du nämlich da unten kommst du nämlich hoch pass auf aber da kommt man nicht rein pass mal runter ah ich weiß wo warte warte bleib oben bleib oben ich weiß wo man da reinkommt das ist ganz schön scheiße oh ich weiß es auch die erkenntnis kam gerade so oh da kommt ja auch eine ah jetzt häng ich dazu wo es bin ich warte hier wie sie den controller immer schüttelt sie hat da voll übung drin das würde ihn kaputt gehen schwimmen hoch ok mal abwarten dann hoch ach du großer gott ist das euer ernst von wegen Sternenmünze oh ich habe mich gerade nicht gerafft dass ich das bin wieso sammle ich die nicht ein weiss nicht du warst irgendwie so derp ja total gerade so hä ähm ich ähm ja alles klar ok alles gut alles haben ach so kann ich ja auch ich habe gedacht du brauchst das Ding Dankeschön ich wollte jetzt nicht hochspringen ich schaffe es irgendwie gerade nicht ich merke es schon ich merke es schon ducken ah ne ducken brauchst nicht rüber da rüber rüber oh Gott ich bin voll vorsichtig nein ich bin doch mal hier oben töte mich nicht geh nicht höher drück A geh nicht höher oder so da rechts ist bestimmt ja da will ich hin ja komm her ich will schütteln ich wollte hin ähm ey 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 das ist doch nie wahr ey hm 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 tut das kaputt ach wir haben die estimates verpasst stimmt wir haben mir eh schon eine verpasst oh ok weiter dann ist auch egal hm 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 na oh ducken ducken huh huh ähm wie der wie der immer meinen Kopf du hast eine fette bier ähm ja bei hahaha wieder rein haha wieder voller geheimgang ist ist jetzt pilz verloren oder so ne hm oh bleib mal unten bitte hier ist hier weiter ähm aber hier ist der checkpoint irgendwie schon aber wir hätten auch rechts wo wir hier sind warte mit dem p bleib mal unten ok ähm nicht so weit nach oben bitte weil dann sterbe ich ja noch mal zwei pilze was passiert wenn wir den drück dir nach und dann komm runter ja dann gehen die ganzen dinger weg was bringt uns das Münzen oder was ich hab nirgendwo reingekommen noch naja es ist ja voll fies da ist die das ist ja toll nicht dazu fehlen diese notenblöcke diese musik von denen oh god fuck it hahaha gut abgeschätzt haha also jetzt ist ja hier nichts oh nein gut gerettet da hätte ich mich auch drücken können glaube ich a drück a drück a drück a drück a oder so oh der kann da reinlaufen wieso kann der das der kann da reinlaufen hier da rein hm leben wie fies da kann der rein 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 wir haben ihn ja schon ist egal so einer feuer einer eis oder was geht irgendwo muss hier noch einer sein hm hier ist irgendwo einer auf jeden Fall wahrscheinlich da hinten an der wand ja komm da ist doch bestimmt da hier ist sie hier muss doch einer sein weißt du mal ein hm 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 wir sollten mal machen hm aber keiner ach warum nicht das ist jetzt voll schwer hm geht du jetzt voll ab mit wasser neiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ah wie ich ihn nicht kann wie ich ihn nicht kann ähm ähm ja scheiße jetzt hat mich verarscht egal aha oh Gott wie schlimm wir sind so schlecht ich bin so schlecht ah ich kann das einfach nicht uuuhh oh guck mal jetzt kommt wieder eine Verzauberung auf im Geisterhaus ja im Geister Schiff unter Wasser und so oh boah ich hab sie früher gehasst in Super Mario World hier wird echt ganz viel von Super Mario World nochmal aufgenommen wie keine Verzauberung aufs Schloss? ne erst beim ok das war ich dann ja wir sagen tschüss Ju sagt erstmal tschüss wir wissen nicht ob es in der nächsten Folge auch noch da ist ihr wisst es nicht uuuhh man munkelt man munkelt man munkelt ja ja ist jetzt voll spannend und so uuuhh ok bis zum nächsten Mal tschüss